Moinsen und willkommen zu einer neuen Folge. Silence, das ist die zweite Folge und ich hab der Fall überlebt, wie ich mit diesem Ei weitermachen kann. Und da kann mir ein Gedanke kommen. Das ist hier da hinten. Wasser ist ja nicht scheu, aber ein Ei. Das muss ja ausgebrütet werden und deshalb... Ich mach mal ein bisschen lauter. Verdammt! Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Ja, das kriegst du da rein. So. Und da ist jetzt der Wurm. Und jetzt müssen wir den Wurm nehmen. Weil das Tier hat ja Hunger. Und jetzt locken wir es da raus. Gut so. Lauf hin, lauf hin, lauf hin. Ja. Guck sie an. Und? Oh. Spock? Böse Mama. Puh, das war ganz schön knapp. Ah, da bist du. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Na dann. Das soll dir erstmal einer nachmachen. Das ist voll niedlich, das Tier. Echt? Flacher Spot. Cool. Platt wie eine Flunder. Oh. Probier das mal. Und Spot. Wow. Dann Spot. Und jetzt Spot. Kann ich hier hoch, ne? Oder? Und wie kommst du jetzt drauf? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Nein, da Spot nicht zurück. Spot. Oh, was ist denn hier? Na dann, mal sehen, wie es weitergeht. Spot. Silence, würde ich mal sagen. Ah, ich habe mal lang gebaut. Was? Willst du dich umbringen? Ich habe mich umgebracht. Quatsch. Ich bin Kyra. Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört, ist klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt. Die Lichter sind aus. Was? Was bedeutet das? Lass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Was ist das? Nur damit ich das... Verdammt, so kriege ich die Bombe nie fertig. Ich drücke erst runter, wenn du mir meine Fragen beantwortest. Festhalten. Ja, Fragen sind natürlich das Wichtigste, ne? So. Tu, was die Frau sagt und halt das Bomben vielleicht nach unten genommen. Ja. Alles klar. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz genau. Aha. Na dann. Schon habe ich gerade kurz ins Mikro bekommen, aber wir haben auch schon den Kreis beendet. So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Ja. Trophäe halten. Abrissexperte. Das darf nicht wahr sein. Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Alles hängt an diesem Ring. Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch. Nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein. Nur eine Patriotin. Oh Gott. Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Rini in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Nein, nein. Das wollte ich von dem fliegenden Krebs. Fliehender Krebs. Fliehender Krebs. Na toll. Na toll. Das war mein letzter. Das war mein letzter. Tut mir leid. Nach Kalima. Achtung. Hach. Vergiss es. Trophäe erhalten. Na dann. Was soll das mit der Bombe? Ist das ein Terroranschlag? Willst du die Stadt sabotieren? Nein. Ich will sie retten. Na dann. Dir ist klar, dass du mit hochgehst, wenn die Bombe ohne Zeitzünder explodiert? Dann sterbe ich für Kalima. Fliegender Krebs. Wieder das gleiche, ne? Oh Mann. Mit Kaira sprechen? Wen rebelliert ihr eigentlich? Noch nichts von der falschen Königin gehört? Egal wie viele Sucher sie noch schickt. Wir werden sie aufspüren und stürzen. Na dann. So. Das ist mit Spot. Spot? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Ah, das ist dasselbe. Ja, vielleicht doch. Hätte ja sein können. Was kann ich jetzt hier machen? Nach Kalima kann ich nicht. Wahrscheinlich ist es einfacher, diesen Berg hier zu versetzen, als die Brücke kaputt zu kriegen. Nein, der Ring hält die Kette und den Pfeiler. Ist er kaputt, kippt das Konstrukt zusammen. Leider habe ich keine Nagelfeile dabei. Ja. War schon wieder der pflegende Krebs? Was ist das für ein Band? Was hängt hier noch von der hundertjährigen Stadtfeier? Unmöglich. Die Stadt kann nicht älter sein als ich. Wieso nicht? Wenn ich dir das sage, hältst du mich für verrückt. Zu spät. Ich frage es jetzt. Und wie? Bitte deinen kleinen grünen Freund um Hilfe. Ah, was, aber wie? Wie soll ich denen helfen? Wie? Ein kleiner grüner Freund. Ein Katapult oder ein Trampolin für Sport wäre jetzt sicher nützlich. Bist du ein Katapult oder ein Trampolin? Du hast schon lange kein Wasser mehr gesehen. Nee. Wasser? Wie soll uns Wasser denn helfen? Die überlasse ich dir, Spot. Die überlasse ich dir, Spot. Futter für Spot. Futter für Spot. Ja, dann. Das ist mit dem Weltenwurm. Ach, das ja. Das habe ich jetzt nicht mehr. Oh Gott, verdammt. Ich habe mich geschnitten. Ich habe mich geschnitten. Oh nein. Ich werde eine Blutvergiftung bekommen. Ich werde sterben. Ja, ich weiß nicht, es ist ein Tümpel. Sofort auswachen. Aber was könnte ein... Was könnte ein Katapult sein? Hoffentlich. Wie kann man nochmal einen Spot? Spot? Wie wurde ich Spot? Hm? Trink mal was. Trink was. Trink was. So bist du ja noch schlechter zu tragen. Der Pilz. Hey, ich habe nicht gesagt, du wärst unerträglich. Der Pilz hat doch lang kein Wasser mehr gesehen. Wow. Du hast den grünen Daumen-Spot. Viele, viele grüne Daumen. Und da kannst du jetzt draufspringen. Kennst du Sedwigs Trick mit der Kanone? Ja. Ja. Na, wer hat das geschafft? Perfekt. Ich dachte, ich würde doch fast, dass die Pilze noch irgendwas zu tun hat. Warum sollte der sonst da sein? Und anscheinend müssen wir auch mal zurückgehen, ja. Spot? Winkeöse. Na los, spreng den Ring. Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Geld. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Aber dann... Binst du? 10 9 8 7 6 6 4 3 2 1 Spot! Für Kalima! Nein, ich glaube, das war falsch. Nein, ich bin... Aber wie soll ich das mit Spot machen? Ich glaube, ich muss... Spot erst klein machen, ne? Na los, spreng den Ring! Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Geld. So, nochmal probieren. Was machen wir nun? Spot! Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Spinnst du? Spot, spot, spot. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, wie. Ich habe irgendwas geduld. Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Und ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Und sie wäre sonst gestorben. Kapitel 1. Trophäe. Das ist auch ein interessantes Spiel. Also heute ist ja... Ist der böse? Deswegen, kleine Lady, außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Camp. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Äh, dann muss es wohl meiner sein. Moment, gleich fällt mir ein Vogel anwissen. Oh, schau mal, der arme Vogel. Das ist Thorus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Na komm her, du alter Herumtreiber. Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Oh, Junk. Keine Sorge, die Verdauungshäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je. Halb so schlimm. Ich hab davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Ist nicht nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Lass meine Freunde los. Und, bist du stark? Du sollst sie loslassen. Ja. 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 So beißt sie nur fester zu. Oh. Nicht, dass das wehtut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Blumen sind ja so gemein. Ja, sind sie. Du hast gesagt, du hast etwas über diese Pflanzen gelesen. Ist es dir wieder eingefallen? Naja, die Verdauung kann Tage dauern. Äh, was noch? Sie können auch Kuchen vollständig zersetzen. Bööö, was noch? Sie vertragen Bitterstoffe nicht. Was passiert dann? Sie spucken sie wieder aus, denke ich. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Was muss ich machen? Bitter? Der sieht eher verrückt aus, als verbittert. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres. Bitter. Geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so toll war. Wo bist du? In den Wurzeln. Ist das was Bitteres? Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sum. Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Sum. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Heißer Honig. Da verbrennt man sich die Zunge. Oh, schade. Ah, das sind die Masken von den Tieren. Hey, was ist das? Hallo? Ist da jemand? Komisch. Vielleicht ist das eine Pechgrube. Sieht ihr aus wie flüssige Lakritze. Und schmeckt noch viel schlimmer. Was ist das? Es gibt viele. Was ist das da oben? Da, da war es gerade. Die Bärenstrau. 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 Also ich finde, sie sehen ganz schrecklich superbitter aus. Schrecklich superbitter. Die hole ich mir. Nur wie? Vielleicht die Maske werfen. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Daraus baue ich mir was. Was sind das für Geräusche? Eine Tuschelbrücke. Ja? Ich probiere es trotzdem. Pssst. Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Oh, das Spiel wieder. Oh, fast drive, fast drive, fast drive. Ai. Bäumchen, rüttel dich und rüttel dich. Wirf Bitterbären über mich. Ja, 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 ja. Ah, ich wollte immer hin und her drücken. Oh, da ist eine. Zielkreuz. Hurra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, hinher, hinher. Zielkreuz. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich habe... Hier ist mein halben Schreck. Brücke zurück. Los. Dann gehst du nach oben. Perfekt. Hatten wir ja schon mal was Bitteres gefunden. Bittere Bären haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Auf dem Stich. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Oh, wir hätten Feuer. Junge Dame. Autsch. Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ich frage mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl diesen aussieht. Weg zur Seite. Egal. Aber doch. Ich probiere es jetzt aus. Oh, guck, da ist noch ein Monster im Monster. Ein richtiger Monster-Poster ist das. Das stinkt echt schlimm hier drin. Glück gehabt. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Fuck. Boah. Warum hältst du nicht den Mund auf? Nach oben will ich. Genau. Weil ist da ja was. Zum. Ja. Zum. Feuer machen. Wo sind wir da? Nein. Ah. Ich wollte völlig zurück in die Burg. Zurück. Will ich. Aber wie komme ich zurück? So. Ich finde was, womit ich das aufsammeln kann. Ja. Zurück. Genau das will ich. So, und was ist jetzt mit dem Strauch? Jemand, der stumm ist, hat die Antwort. Ist das etwa ein Grabstein? Naja. Ja. Ist da jemand im Sumpfersunken? Und was bedeutet das Zeichen? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Aha. Bären. Geh mal, der stumm ist. Ob ich den Glühtropfen damit aufsammeln kann? Nee. Das Skelett. Pilze? Skelett. Ein Knochen könnte helfen. Kein bisschen morsch. Pilze? Diese Pilze? Fass die lieber nicht an. Die sind silozybinhaltig. Brennen die? Jedenfalls nicht auf die herkömmliche Art. Oh. Stöpsel? Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Na sowas. Brennbar. Ups. Und jetzt die Beeren. Sam, hast du Ruhe? Schaffen, kleine Lady. Stimmt. Grinst nicht so gehässig. Ich finde schon, was ich suche. Ah ja. Gehen wir nochmal zurück. Leute, Monster mehr. Maske. Maske. Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Ja, bestimmt. Da klebt Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Ha, ha, ha. Das ins Gas. Wow. Ja, es brennt. Oh. 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 Ich hab nix gemacht. Trophäe erhalte. Damit fackel ich mich noch selber ab. Damit fackel ich mich noch selber ab. Vielleicht das Moos. Stumm ist. Du bist stumm. Oh Mann. Oh Mann. Nein. Damit fackel ich mich noch selber ab. Fackel dich selber ab. Damit fackel ich mich noch selber ab. Viel zu wenig Wasser zum löschen. Viel zu wenig Wasser zum löschen. Pilze. Pilze. Gas. Geh mal, der stumm ist, hat die Antwort. Wer ist stumm? Wenn Eiweiß. Wenn Eiweiß fault. Wenn Eiweiß fault. Faule Eier? Und die brennen gut? Das ist das Methan. Ganz egal. Hauptsache es brennt. Geh mal, der stumm ist. Du bist stumm. Grinst nicht so gehässig. Ich find schon was zu suchen. Das kratzt ist stumm. Da ist jemand gestorben. Hier gefällts mir nicht. Nachschub für deinen Bauch. Hey, du kannst das super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Sie kann gut werfen. Ich helfe euch. Geh nicht so nah heran, Rini. Nicht, dass du auch noch kleben bleibst. Nein. Samuel. Da hinten gibt es einen Glühtropfen von einer Biene. Soll ich die Bären da drauflegen? Nein, die brennen nur an. Such lieber was Feuerfestes. Worin du den Glühtropfen herbringen kannst. Gute Idee. Stumm ist halt die Antwort. Das Skelett ist ja stumm. Ein Knochen könnte helfen. Nein, du bist aber zu schwach dafür. Ich finde die Antwort wahrscheinlich wieder so einfach. Also hier ist nichts mehr. Muss ich wohl wieder nach unten. Da scheint wohl die Lösung von einem zu sein. Also mehr kannst du... Das würde ich sagen. Verbrenne ich mir ja die Finger. Ah, das funktionierte nicht, ne? Schön brav A-Sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Ah, haa. Gut. Und da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Ja. Rini, das... Für mich. Nicht für den Ritter. Das kann sogar das sein, was ich suche. Ein Helm. Der hält sogar Feuerspein in Drachen stand. Und jetzt... Heißer Honig. Juhu, ich hab endlich was Feuerfestes gefunden. Und jetzt nach oben. Genau. Du machst das schon richtig, Rini. Und das in das Gas. Denn Gas brennt ja. Schau mal. Ich hab hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Ah ja, aber da ist der Gas. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Möglichst etwas, das nicht zu nahe herkommt. Man ist stumm, ist das Gelett wirklich gemeint? Ins Gas. Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Ach, wird schon nicht. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was... Na dann? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Was ist grün, flauschig und wirkt wie ein Schwarm? Durch die Wurzeln? Was ist grün, flauschig und wirkt wie ein Scharmauß? Das ist Moos. Das fühlt sich so lustig an. Wie Mamou, wir merken eine Kuh. Stripp, strapp, strull, gleich ist der Eimer voll. Zurück. Perfekt. Und jetzt ins Wasser. Geh nicht, Rini. Ich glaube, ich werde bald ohnmächtig. Ich komme. Feuer. Und die Beeren rein. Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kotz-Sach. Eigentlich müsste es hier heiß sein. Und an die Fleischschristenpflanze. Das ist ein bisschen schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Hoffentlich ist der Saft bitter genug. Der ist bitter genug. Hey. Das hast du gut gemacht, Plattner-Lady. Juhu. Oh, ho, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Oh, er ist gefangen. Guter Vogel. Schade. Na ja. So. Wenn ich noch den Lego-Hobbit-Part, den ich schon aufgenommen habe, hochladen. Oh. Schön eigentlich. Das ist hier das Symbol. Kürer, alles okay? Alles okay, Bro. Ja, ja. Ich wollte nur kurz verschnaufen. Boah. Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravuren der Rinde. Ein droben Umschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und... Ah, das wird nicht ein Treffpunkt da. Ja, super. In-Game-Musik? Ah, man kann laden. Musik-Lautstärke. Oh. Ja. Dann ist klar, warum das so laut ist. Ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Der Vogel. Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel, Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus. Komm zu mir. Na los, ich bin's, Kürer. Komm schon. Der war leider gerade in einer fleischfressenden Pflanze. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe. Aber Silvi, werden wir nicht spielen, denn... Wir werden... Warte. Speicherpunkt laden. Steady. Aber dieses Spiel ist echt so toll. Also... Ja, also... Wir beenden dann mal die Aufnahme. Ciao. Ciao. Ciao.